Nein, nein, lol, was, krass, was ist jetzt hier, ey, den Pau-Block, auslösen oder nicht? Here we go! Der normale Mario-Spieler würde den auslösen, ich lass es aber, ja, weil, bam, ich hatte recht wieder, ey, geil, es ist eigentlich immer eine 50-50-Chance, bei jeder Frage hat man eine 50-50-Chance, nein, lol, da oben, oh, Mann, scheiße, Mann, ey, okay, okay, Wiggler, ey, der Wiggler macht mir irgendwie Angst, weil der, man weiß nicht, wo er hinschießt, jetzt kommt er wieder hier, alter, okay, nice, okay, jetzt der Thwomp, Feuer, okay, okay, der Thwomp muss weg, weg mit dir, den löse ich aus, und ich glaube, hier muss ich schnell sein, hab ich so das Gefühl, weil, hier kommt ein Knochen trocken, oh, seht ihr, der kommt da rausgeflutscht, und dann ist der Wigg blockiert, ich muss mich nämlich beeilen, nachdem ich den Notenblock ausgelöst habe, okay, was passiert hier, was, wow, was war das denn jetzt, ich hab den Bombenob ja nicht mal berührt, okay, was ist hier, oh mein Gott, okay, okay, los geht's, los geht's, ach, ich muss hier aktivieren, los geht's, los geht's, aah, was, ich verstehe das nicht, ganz ehrlich, Leute, von ganzem Herzen, ich verstehe gerade nicht, was abgeht, kann ich die Kamera nicht irgendwie, rechts, aah, aah, rechts wäre eine Falle gewesen, es wäre rechts eine Falle gewesen, Leute, einfach, ich weiß genau, er wollte, dass man nach rechts panickt, so ein bisschen, Alter, wie krass, okay, da hab ich ihn aber jetzt ausgetrickst wieder, okay, was ist hier, aah, nee, 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 ey, oh Gott, soll ich den, komm, Bombe, ey, ey, lol, ey, das ist fies, das ist fies, okay, hier ist doch safe noch was, nein, hä, der macht da was frei, der macht was frei, hä, ah, hier ist aber nichts, okay, geht noch weiter, ne, nee, alter, was, ey, das war aber schon krass gerade, ich hab gedacht, ich hab da ein Geheimnis gefunden, okay, okay, ey, es ist wieder so ein Level, ey, ich könnte heulen, okay, da ist eine Fischgräte, ist das ein Hinweis, ich finde mal korrekt, wenn Troll-Level-Maker so Hinweise geben, da kommt bestimmt eine Fischgräte oder so, aah, was, sie kam wirklich, ey, das ist immer bei Troll-Level so, sie geben immer Hinweise, okay, wieder hier, fuck it, wow, oh mein Gott, der erschreckt mich jedes Mal, so, hier lass ich mich nicht verarschen, hier lass ich mich nicht verarschen, Alter, das ist aber geil gemacht, das ist schon gut gemacht, hier bei der Bombe, nee, 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 da bin ich nicht, dabei, komm, da lass ich mich nicht verarschen, okay, jetzt kommt Fischgräten-Action, ey, ein Checkpoint wäre mal wieder nice, das ist ja schon asozial hier, wuh, wuh, okay, schnell, okay, Pils, Moment mal, die Tür auslösen, okay, hä, hä, Leute, guck dich den Stick an, es ist zu, ne unsichtbare Wand, das geht, sowas, was ist das, ne unsichtbare Wand, jetzt kann ich mich ja nur umbringen, Hä, aber jetzt weiß ich 100%, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin muss, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss, alles wieder von vorne, der Geil, Was, 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 äh, was, ich liebe Mario Sunshine, ey, zieht euch das rein, ey, er hat einfach exakt das gleiche irgendwie nochmal nachgebaut, Hä, versteht ihr das, auf einmal ist das hier anders alles, es war alles geplant, ich sollte bei dieser Einstelle sterben, Was, ey, das ist krass, komm ich ins Rohr, ich komm nicht mal mehr ins Rohr, okay, Was, wie bin ich jetzt hier rübergekommen, ey, geil, und da wäre das Ziel gewesen, da wäre ich nicht hochgesprungen, da wäre ich im Ziel, Ey, Leute, ich ärgere mich gerade, ich ärgere mich gerade so doll, ich hätte es schaffen können, jetzt bin ich wieder hier, Nein, nein, ey, ich bin wieder hier, ey, meine Fresse, ey, ist das, jetzt kann alles anders sein, alles kann jetzt anders sein, Alles, das kann hier offen sein, ey, alles kann jetzt anders sein, Leute, alles, oder ist das das gleiche jetzt, Der hat doch nicht alles zweimal gebaut, los, rauf da, oh nein, geh doch da rauf, rauf, ja, nein, nein, oh Mann, ey, ey, kacke, Mann, Mann, ja, Mann, hör, 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 nein, das hat nicht gereicht, dieses scheiß Gumba, kacke, Mann, komm, Ja, 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 Ehrenmann, Ehrengumba, nein, 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 ey, nein, 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 oh mein Gott, er hat sie vertauscht, Ich wurde richtig getrollt, oh mein Gott, Leute, ey, ahnt ihr diesen Troll, ich wurde sowas von getrollt, so doll, Oh mein Gott, ich habe gerade meinen Arsch aufgerissen, um mir alles zu versauen, Nein, da sind sie drin, oh nein, ey, ich sage euch, das wird jetzt so schwer für mich, Nein, nein, oh, ey, ich will das ganze Level nicht resetten, oh Gott, oh, 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 ey, ich schaffe es nicht, Es ist unmöglich für mich, es ist wirklich nicht, ey, wie soll ich das schaffen, oh Gott, wie soll ich den Stern ausweichen, Ah, zweimal, nein, fuck, einmal, okay, ich habe es geschafft, einmal, oh nein, ey, wie, oh, das ist so schwer, oh, es ist so schwer, Oh, es ist so schwer, ja, es ist so schwer, Sprung, Sprung, nein, oh Mann, oh Gott, ich habe mir das eigene Grab geschaufelt, Hier verstecken, hier verstecken, nein, jetzt kommt er da rein, der dumme, Mann, okay, hier verstecken, Okay, beim zweiten Mal kommt er aber da rein, nein, oh Mann, oh Gott, Leute, es ist so schwer, Verstecken, okay, verstecken vor dem Stern, spielen wir das neue Spiel, verstecken vor dem Stern, ja, nein, oh Gott, Es ist so schlimm, es ist der Albtraum, ey, ich werde gleich richtig krank, also noch kranker als ich bin, nein, 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 oh man Bitte töte mich, bitte bring mich hier um ich will nicht mehr ja 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 nein ja 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 Gib mir den hit, bitte verstecken, bitte verstecken, ja 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 ok 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 Nein nein ja bring mich um ja nein ja ich schaff's mich umzubringen, oh mein gott das ist so geil Das ist doch einfach krank, aber das ist krank, es ist krank, ich habe mir das selber versaut, hier ist nicht mehr das ziel, Leute das meine ich Ok ich mache einfach genau das gleiche wie eben, wisst ihr noch genau was ich gemacht habe, ich weiß es noch, also ich bin an diese Röhre gefallen und dann Leute tut mir leid, dass es wieder in zwei parts aufgeteilt ist, Leute es ist einfach, es ist einfach wieder ein Level, allein das Level, dass es mich so doll auseinandernimmt, dass ich das dann zweimal spielen muss sozusagen Dass ich dann, Alter, das ist so krass gemacht Oh man, ich bin so dumm, hä, wieso renne ich zweimal in diese dumme Kreißhäge Ey, das ist aber gerade richtig selbst zu verschulden hier alles Ok, Leute ich bin ehrlich, jetzt kann mich nichts aufhalten, Wiggler komm raus, Wiggler komm her, hierher, hierher, ja man, nice, zack, sprung, rein in die Röhre, rein in die Röhre So, jetzt hier, Thwomp, weg mit dir, sprung, zack, Paulblock links bitte Paulblock links, Paulblock links, einmal links bitte, zack, danke So, Notenblock, Knochen trocken kann mir gar nichts, sprung, zack, Panzer komm raus, zack, komm raus, keine Chance Das ist Speedrun, das ist kommentierter Speedrun hier Zack, den Block hier auslösen Aufs schnellsten Wege, komm, mach Platz hier, 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 hab ich gesagt Zack, so, hier löse ich gar nichts aus, hier gehe ich direkt weiter, das ist ein kommentierter Speedrun, Leute, so kennt ihr mich So, jetzt mache ich nichts, genau, nichts machen, nichts machen, nichts machen, explodieren, zack, rein Fischgräte, hm, wurde gewarnt, jetzt kommt eine Fischgräte, Sprung, Fischgräte Und, was mache ich, ich bring mich um Warum bring ich mich um, ich werde ausgelacht, oh, ich bin ein Loser, ich hab verloren, ich bin gestorben, aber Aber das verstehe ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein Da ist das Ziel, es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn, ich hab doch gar nichts ausgelöst, da ist doch gar nichts passiert Warum ist halt jetzt auf einmal ein Ziel Also, ey, das ist wirklich, ich verstehe es nicht Krass, ey, krasses Level, wieder zwei Parts, was soll ich machen, der zweite war zwar ein bisschen kürzer, aber, ey Krass, krasses Level, ey, ich kriege einfach hier, Leute, das ist selber heftig So, schickt eure Level wieder rein, ich mache nächstes Mal wieder welche von euch, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo